Nach des Grauens! Ihr Mörder tötet drei Menschen aus purer Lust. Angst! Unglaublich! Sadist sollte Priester werden. Angst! Lustmörder sagt's! Ich habe Angst vor mir selbst! Ich hatte Angst, aber nicht vor der Polizei oder vor einer Strafe. Ich hatte Angst vor mir selbst. Angst! Ein Film von Gerald Kagel und Oscar-Preisträger Zbigniew Rybczynski im Kino.